So, dann baue ich jetzt noch ein, äh, zwei Patch, ein Patch, so, und, Stein. Muss ich dafür einfach Steine verprügeln? Ja, von den Großen. Ja, wo soll ich das Haus hinbauen? Ja, entweder auf diesen Hügel oder auf den daneben, also auf den da hinten. Ich tendiere zu diesem hier, weil ich kann nicht schnell laufen. Ja, dann baue ich auf diesem hier. Oder in der Mitte. Im Wasser, wenn du willst. Ja, auch wurscht. Alter, die Sonne blendet ja richtig, wenn man da... Ja, ja, die Grafik ist schon nicht schlecht, allerdings ist das Spiel etwas aufwendig. Das heißt, man sollte sich schon einen vernünftigen Rechner zugelegt haben, um es auf höchsten Einstellungen zu spielen. Weil die Herrenentwickler mit den, ja, Optimierungen der Rechnerprozesse da noch nicht so ganz zu Rande gekommen sind. Aber nur gut, man kann nicht alles haben. Aber es läuft definitiv um einiges besser als vorher. Oh, ja. Was für Steine sind denn das jetzt eigentlich, die hier? Die großen Fetten. Wenn ich die prügel, dann kommen da Dingens raus? Dann kommen da Dingens raus. Nee, dann wächst darauf Holz. Ah, siehst du das eigentlich viel mehr? Das wächst in diesem Universum nämlich auf Steinen. Und nicht aus Bäumen. Bäume sind hier völlig irrelevant. Wie lange muss ich den Stein hin verprügeln, bis da einer rauskommt? Ein bisschen. Einfach draufhalten. Gut, ich stelle mich jetzt einfach für die restliche Spielzeit hier hin und prügel auf diesen Stein ein. Naja, so lange brauchst du nicht. Du, 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 ich sammle Fieber, ich sammle Fieber. So, bist du krank? Nee, das brauche ich als Baumaterial für Klamotten. Gut, dass das Sammeln von Ressourcen hier XP bringt. Damit ist das nicht ganz so ermüdend. Aber wie in allen Crafting-Games, ja. Craften, craften, craften. Deswegen... Ich baue erstmal hier ein ganz, ganz kleines spartanisches Haus. Und dann können wir uns ja dann irgendwann mal wieder irgendwo anders hin aufbrechen. Ja, das können wir machen. Ich habe gerade fast einen Triceratops geschlagen, weil ich dachte, der sieht aus wie ein Stein. Ja, dann haut der Stein zurück. Keine gute Idee. Ich weiß nicht, irgendwie droppen diese Steine, keine Steine. Nee, du sollst ja auch Flints droppen. Naja, ich brauche erstmal einen Stein, um... Dann sammle dir einen Stein vom Boden auf, Mann. Achso. Ja, du musst ja auch nur mal mit der Axt drauf hauen. Du bist ja auch... Ähm, mit der Fäusten drauf haue. Na, wann... Moment. Wann hast du das gesagt? Ja, dann guck dir die Aufnahme mal wieder an. Ja, das werde ich wohl tun müssen. Prügel auf diesen Stein ein. Ja, das wissen wir doch nicht, womit du darum prügelst. Ja, ich prügel garantiert nicht mit der Hacke. Also, ich prügel gerne mit der Hacke. Also, ne? Ach, so kriege ich Stein. Ich habe es geschafft! Ich habe eine Stein-Pick gemacht. Ja. Also, eine Abstimmung bitte in den Comments. Wer nicht glaubt, dass Chrome... Äh, ne? Also, wer glaubt, dass Chrome hier leicht beschränkt in dem Spiel ist und nicht verstanden hat, dass Chrome... ähm, ja, mit Fäusten auf Steinen rumprügelt, der möchte es bitte in die Comments schreiben. Das sind Tinos und fliegende Kristalle. Hier ist alles möglich. Ja, deswegen haut man mit Fäusten Stein kaputt. Ja, komm, aber Bäume kaputt schlagen wir noch. Chrome, kannst du mal eben kurz ein paar Bären für mich sammeln? Nein. Jetzt in diesem Augenblick. Also, ich habe Bären. Siehst du, habe ich gerne gemacht. Ach ja, ich wollte ja, äh, Schuhe machen. Schuhe! 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 Aber ich finde es schön, wie du einfach nur vor dieser Pflanze stehst und man sieht, dass du nicht weißt, warum du diese Pflanze nicht abbauen kannst. Ja, weil ich meine Pickacke in der Hand habe. Ja, weil ich meine Pickacke in der Hand habe. Scrollen oder so, um meine Hand wieder auszuwählen. Über Kuh oder über einfach nochmal das Werkzeug auswählen? Also, im Inventar. So, Leute, wo seid ihr? Also, ich brauche keinen, ich brauche nicht mehr. Ich wollte das nur. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte euch aber noch eure Schuhe geben. Ja, das ist schön. Wenn ich es gehen wollte. So, hier liegen gleich Schuhe. Wo ist hier? Oh, ich muss gleich jetzt noch was essen. Bei dem Haus, auf dem Sand. Damit man die auch ja wiederfindet. So, und ich gehe jetzt Dodos jagen. Das ist schön. Ich habe nämlich nur noch sechs Fleisch. Geule! Oh, wie mache ich denn jetzt hier? Achso, nein, das sollte ich erst mehr. Herr Chrome, Sie können sich Ihre Schuhe abholen. War der Mann von Zalando da? Nee, aber die Frau war eher da als du. Also, die Peng-Peng-Peng-Susi. Vorragend. Er hatte endlich Schuhe an. Wo sind denn jetzt diese verfluchten Dodos? So, jetzt kann ich mir endlich meine Axt bauen. Hervorragend. Ist es hier Dodos? Läuft doch. Läuft doch. Wo haben wir denn Fleisch gelagert? Er ist in meinem Inventar. Er ist hervorragend, da liegt das sicher. Dann muss ich erst noch mal ein paar Bären essen. Huch, ich tauche. Ich wollte doch gar nicht tauchen. Was ist das denn? Für ein Wesen. Vor allem, warum bugt das da in dem Stein fest? Ich bin ein Triceratops. Ne, ne. Triceratops hätte drei Hörner. Ich hau es. Ich habe es gehauen. Oh, jetzt ist es glaube ich nicht mehr festgepackt. Das ist auch cool. Ähm, 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 ähm. Au, 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 au. Was hast du denn da? Hat jemand irgendwie einen Speer oder so? Das wäre ganz praktisch gerade. Hast du das nicht letztes Mal schon gelernt, dass man so große Tiere nicht angreift? Nein, letztes Mal habe ich das große Tier noch getötet. Ja. Aua, au, 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 au. Ich komme unter die Laufe. Aua, au, 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 au. Es macht mich kaputt. Ich habe Knochenbrühe. Aaauw! Epic Epic Fight, Epic Fight, Epic Fight! Au. Komm schon, komm schon. Das war vermutlich doch nicht so die beste Idee das Viech anzugreifen. Nein, 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 lassen wir das. Sterb einfach und komm ne Fackel, nein ich will! Oh, wie es den Hals piekt. Wie heißt das Viech eigentlich? Groß. Äh, ich brauch Essen. Jaaaa, Geronimo! Ich kann dir etwas geben. Ähm, hallo Leute, Hilfe und so. Was? Nein. Was? Nein, Team und so. Scheiß drauf. Was soll ich machen außer sterben? Naja, Parakeratherium. Schön, ich bin tot. Naja, Speere bauen und draufschmeißen zum Beispiel wäre eine lustige Aktion gewesen. Ja, du kannst Speere schmeißen. Wie? Ich piek ihn die ganze Zeit mit dem Speer. Ja, mit Rechtsklick, glaube ich. Rechtsklick gedrückt halten. Krieg ich den dann wieder? Jaaaa, wenn du den abbaust, kriegst du die teilweise wieder. Ja, ich hab nur einen Speer. Ja, dann kriegst du den nicht wieder. Da ist mein Laich hier. Wo ist mein Rucksack? Schön, im Wasser, unter Wasser oder was? Ich darf jetzt erstmal einen halben Kilometer laufen, bis ich wieder bei euch bin. Weil ihr nicht supportet. Also, und das Viech, wir laufen die ganze Zeit im Kreis. Ich hab meinen kompletten Rucksack deswegen verloren. Er ist weg. Ich kann wieder mal alles neu abbauen und herstellen. Ach, 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 und meiner nicht. Ne, dann kannst du ja noch wiederfinden. Meiner ist unter Wasser, ganz unten. Oh, ich hab ihn verletzt! Wo sieht man denn, hat das Ding eine Lebensanzeige oder sowas? Nein, leider nicht. Das Ding hat wahrscheinlich so eine riesen Lebensanzeige, dass... Und wir mit unserem riesen mördermäßigen Schaden, den wir nicht verursachen... Das ist eigentlich da hinten. Achso, in dem... Aber es ist ja schon... Es ist ja schon cool, was man hier für einen Marathonläufer in dem Spiel ist, ne? Ja... Ich hab meinen Speer grad geworfen, ich hab ihn, glaub ich, getroffen, aber mein Speer ist jetzt halt weg, ne? Ja, ich bin gleich da, dann baue ich neue Speere, so schnell ich kann. Aber dafür müsste ich jetzt gleich meinen Rucksack finden, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich genau gestorben bin. Ich kann eher deinen mitsuchen, als dass ich... Meinen suche. Hier liegt ne Leiche. Tendenzial schon mal gut, das ist deiner. Juh! Dice! Ah, ich kann meine Leiche mitnehmen! Haha, geil! Und ich kann da ein Inventar ausnehmen. Ja, und irgendjemand... Haut mich hier. Oh, du hast ganz schön viele im Inventar. Bären... Ja, genau. Und wenn du nicht bald aufhörst, meine Leiche zu plündern... Ja, eine Falte kann ich nehmen, die brauchst du nicht. Könnt jemand aufhören, da hinten rumzublöden? Bitte? Ich hab Hunger! Das kann ich nehmen. Ich kann das hier nicht mal leider aufhören! Leute! Du kannst auch einfach Egg Oil... Ja, genau. Best. So, Moment... Craftables... Äh... Oh... Oh... Ja... Ähm... Hast du noch Holz? Nein! Ja, okay... Ja, ich kann mir auch eben schnell... Geh doch... Was machst du denn da? Ich bin an einem anderen Baum! Nein! Pack doch nicht den, wo ich dran stehe! Jetzt hab ich schon wieder gebrochene... Sag mal... Ah! Das folgt mir, das Viech! Äh... Kann sein, dass hier andere Viecher sind? Weil ich bin grad gestorben, obwohl du einem Baum neben mir standest. Weiß ich nicht... Ich hab's nicht... Keine Ahnung... Und es stand da, ich hab mich selbst getötet. Tendenziell blöd. Tendenziell, ja. Weiß nur nicht wie. So... Was ist jetzt mit dem? Bleib da jetzt einfach stehen. Bitte dieses Viech jetzt nicht noch einmal angreifen. Danke. Warum nicht? Ich wollte jetzt extra Speere bauen, um gegen das Viech zu kämpfen. Tu es nicht. Doch! Nein! Der Igel wohnt jetzt hier. Lass uns erstmal ein Haus bauen. Ich dachte, wir hatten schon ein Haus. Ja. Angefangen. Und dann sind mir alle meine Ressourcen geklaut worden. So. Speere bauen. Ich brauch mehr Flintstones. Also mehr Fred Feuersteins. Äh... Wo... Ach, da hinten seid ihr. Alles klar. Vielleicht find ich ja meine Tasche wieder. Au! Das tut weh in die Ohren, wenn du pfeifen tust. Das war ja leise gefeift. Au! Au! Lass es einfach. Mhm. Ich komm nicht gleich da rüber, du. Kann ich eigentlich noch zu meiner Leiche hinschwimmen? Oh, schön! Meine müsste... Take all from inventory. Schön! Ah! Nein! Boah! Ich wollt grad sagen, jetzt hab ich so viel genommen, dass ich nicht wieder auftauchen kann. Achso, äh... Chrome, du kannst wiederkommen. Ich kann dir deine Klamotten wiedergeben, ich hab nämlich meine jetzt wieder. Hast du meine geplündert oder was? Was? Nein, nein, nein. Ja, zum Haus. Wo sind eigentlich meine Handschuhe geblieben? Egal. Ähm... Eventuell hab ich die genommen und die sind bei der Leiche, die du dann da mit Ding hast. So, jetzt hab ich Speere, jetzt können wir das Viech jagen gehen. Nein, wir gehen das Viech jetzt nicht jagen. Doch, ich geh das Viech jetzt jagen. Ich will erstmal nicht Viech jagen. Ich habe getroffen! Na komm her, du Viech! Was brauchst du noch? Äh... Ich hatte noch ne Fackel. Nein, hattest du nicht. Wir haben daneben geschmissen. Jawohl hatte ich ne Fackel. Nein, nein, nein. Alter! Kannst du auch... Lass dieses Viech da weg. Ich treffe nicht. Irgendwie bebt hier alles und wackelt und... Ich hab dein Speer aufgenommen. Ich komme zu deiner Rettung. So, ich hab jetzt keinen Speer mehr, nur noch einen. Aber das Viech ist schon ganz schön verletzt. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Ja, genau. Deswegen müssen wir es jetzt auch töten. Wenn dann jetzt. Ich schwimme hinterher. Ich bin ein Kampftaucher. Mit Speer. So. Hinterher gerannt wird. Ich hab einen Speer geworfen. Der ist hier nicht mehr, also muss der... Ah! Verdammter Mist! Stopf ich! Oh! Ab, ab, ab!